Großes Traditionsduell in neuem Gewand. In der aufstrebenden Sportart Futsal standen sich im Testspiel der TSV 1860 München und Fortuna Düsseldorf gegenüber. Bereits bei der Begrüßung war zu sehen, viele rote Düsseldorfer begrüßten nur sechs mitgereiste Münchner Feldspieler. Und diese zahlenmäßige Überlegenheit konnten die Hausherren recht schnell ausnutzen. Nach Zuspielfehler von Yilmaz traf Düsseldorfs Yassiz El-Abdouni bereits nach drei Minuten sehenswert zur Eins.